Die weltweite Pandemie hat uns gezeigt, wie sehr wir weltweit eine Gemeinschaft sind. Wir werden die Pandemie am Ende nur überwinden können, wenn wir sie alle überwunden haben. Und gleichzeitig schaffen die Corona-bedingten Reiserestriktionen wieder Distancen auf der Welt. Amerika, China, Indien, ja selbst Türkei oder Russland rücken auf einmal wieder weiter weg. Uns liegt deshalb daran, Ihnen zu Weihnachten die Grüße aus aller Welt zukommen zu lassen. Die Grüße aus unserem weltweiten, faszinierenden Netz der deutsch-bilateralen Auslandshandelskammern. Wir wünschen Ihnen aus Berlin im Namen des DIHK frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr und jetzt die Welt.